Ja, cool, ey. Richtig cooler Pass. Natürlich, genau, und das gibt dann rot oder was. Ja! Ja, na klar, na ja. Ja, das muss man ganz deutlich sagen, das ist eine Fehlentscheidung. Das möchte ich auch noch mal sehen, ob das wirklich schon im 16 Euro war. Ja, wie lange darf ich mir jetzt noch das Gesicht angucken? Ah, jetzt gibt es auch keine Wiederholung. Cool. Das ist wirklich ein Witz. Jo, Freunde, gepflegten Fußballunterhaltung, seid gegrüßt. Es ist mal wieder so weit, der ein oder andere kennt vielleicht noch das Format ernsthaft EA. Der aufmerksame Zuschauer wird es vielleicht schon bemerkt haben. Mensch, das kommt aber schon echt zeitig diesmal, ja. Ich habe jetzt so, dass es elf oder zwölf Spiele gewesen sein, habe ich jetzt gezockt für FIFA 22. Und ich muss sagen, ich habe ja schon wieder echt eine dicke Krawatte. Falls hier irgendwie noch ein unschlüssiger Zuschauer am Start ist und der vielleicht von den Nerven her leicht sensibel ist, kann ich dir nur empfehlen, lass es sein, kaufe es dir lieber nicht. Und ich habe mir das Spiel nun leider schon geholt. Ich weiß auch nicht, was ich sonst zocken soll jetzt bis zum nächsten COD und nächste Grad Dosmo steht ja auch bald vor der Tür. Und naja, ich zocke es nun weiter, kann ich euch ja ab und zu regelmäßig mit Videos versorgen. Das sind ja so die einzigen Gründe, warum ich das Spiel weiterhin zocken werde. Also nicht, dass jetzt irgendjemand in die Kommentare schreibt, öh, meckerst du über das Spiel rum und ausspielen tust du es trotzdem. Dann habt ihr jetzt hier eine kleine Galerie, was mir jetzt in den ersten elf, zwölf Spielen schon alles passiert ist. Es ist echt ein Träumchen. Ja, Spielspaß wird bei EA wieder ganz groß geschrieben anscheinend. Nicht. Ja, würde ich mal sagen, genießt es, viel Spaß, ab geht's, let's go. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Ja, verliert ruhig einfach den Ball, ohne Grund, ohne Sorge. Ja. Ey. Stark Aktion, er lässt den Verteidiger stehen. Jetzt können Sie es machen. Dieses Spiel ist so beschissen. Er ist dass ... Mehr Beschuss ist ... Na ... Nack, ... Nack, das ist ... Kann der Ball die Stoffeln durch ... Sie können über außen kommen. Gibt Umstoß. Hä? wieso ist er einfach so komisch geflogen welche spieler ich da zu klicken was warum kriege ich nicht den ball nächsten spieler einzuklicken ist es was macht er da warum heute den ball nicht wirklich das streck spiel wieder durch so eine scheiße er schießt einfach nicht es ist zum kotzen das spiel ist so schlecht springt das ist genau derselbe wie er springt an die ball vorbei ich darf wieder nicht den ball bekommen mit der grätsche es ist so ein lächerliches drecks game ja kommen alles auto korrigiert auto korrigiert ist sein urgroßfahrer ja du bist der kasse ficker ich habe es verstanden du kannst tricks ja und es leckt wieder wie scheiße da können sie kontern dieses spiel drücke extra lang ja klar spielen 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 einfach 500 meter wieder irgendwo uns außer wenn ich einmal kurz dreheck drücke jetzt die chance da sind sie immer noch sehr gefährlich ja genau kann ich hier lieber nicht anklicken genau und mir einfach wieder das Tor genommen perfekt er geht er geht halt einfach wieder nicht sobald es ist jetzt die möglichkeit da ist der treffer sie liegen vorne hey natürlich militau er hat den ball aber schwierige situation komm ich will ihn doch einfach nur irgendwie weghauen und dann ist es ja wirklich ist das ein dreckspiel ist es so und wirklich das größte direkt spiel aber das reicht nicht wie er es einfach wieder geschenkt kartongen oder was wie er es einfach wieder für die geschenkt bekommt was machen ja genau na klar er hat wieder kleber am fuß ist das ein spiel bebo bebo lewandowski den muss er machen da zeigt er dass ein echter reaktor ist für diese mannschaft das hat heute kristin polisic ach hey da steht drei leute dennis zagaria flache flanke hier schwarze reaktion ja genau natürlich und auch die tor gefahr ist da das alles sehr zielstrebig die führung im moment verdient genau hinschauen erst mal hinschauen erst mal er passt nicht er macht die ballrolle nicht die chance jetzt nach genau na klar obermeer mit links ganz lässig krass ist auch krass wie viel mehr bock jetzt auf einmal meine spieler haben das spiel zuvor standen nur rum habe nichts gemacht jetzt noch immer die spritzigsten spieler geht doch dahin er bleibt wieder einfach stehen der kassels er bleibt einfach stehen anstatt einfach sich die ball zu fischen super dass wir uns hier für entschieden es fühlt sich so fangen hat die later dass sie kann das sein wer ist auch wieder so ein autokomisch hat dann passt natürlich kommt dann hier irgendwo jemand andere es ist wirklich ein dreck spiel das ist ja ja man nicht weiß genau was er macht und ich kann es nicht ich komme nicht ich kann nichts machen perfekt moment und dann genau wenn ich passe das macht keinen spaß das macht wirklich keinen spaß ja mach deine tricks und ich verliere wieder eins zu nur ja das ganze spiel wieder nichts gewacht ist das wirklich das letzte dreckspiel kauft es ist die partie zu ende für die